Zauberenergie und das ist Ida. Babyfuh, ist Ida jetzt echt ruhig geblieben? Ida, hallo. Ida, bitte kommen. Ida, bitte kommen. Hier ist Papa. Die ersten Leaks gab es ja bereits. Ich hatte darüber berichtet und jetzt wissen wir definitiv, dass uns an Halloween etwas Süßes oder eben Saures, das könnt ihr dann nachher entscheiden, in Wizards Unite erwartet. Ein Halloween-Event. Und das Ganze startet am Freitag, den 30. Oktober und geht dann 72 Stunden, drei Tage bis Montag, den 2. November. Ein ganzes Wochenende, 72 Stunden, ähnlich zum Zauberer-Wochenende erwartet uns da schaurige Halloween-Action eben in Wizards Unite. Und ich erzähle euch heute, was genau uns da erwartet. Vom Leak wussten wir schon, es gibt spezielle 1km Event-Port-Keys. Diese sind 1km bzw. in einem Kilometer zu erlaufen. Und es gibt drei Varianten, in Obsidian, in Silber und in Gold. Und jeweils ist dort ein anderes Festungsfragment zu erhalten. Und welche das sind, das erzähle ich euch sehr gerne. In der Obsidian-Port-Schatulle findet ihr Tom Riddle Seniors Grabstein aus der Registerfamilie Dunkle Künste vom Blatt, beschädigtes Atrium des Ministeriums, in der Silber-Port-Schatulle das Buch Zaubertränke für Fortgeschrittene, natürlich das Exemplar des Halbblutprinzen von der Registerfamilie, Legenden von Hogwarts, vom Blatt Leersaal für das Fach Zaubertränke und dann die goldene Port-Schatulle. Darin findet ihr den Zaubergamott-Anklagestuhl von der Registerfamilie, Zaubereiministerium und vom Blatt dort Gerichtssaal 10. Und ich sagte eben schon, diese drei Festungsfragmente sind in den Port-Schatullen erhältlich. Was wichtig ist, in dieser Zeit, also während des Halloween-Events, könnt ihr diese nicht aus Festungen erhalten. Diese sind dann nur in den Port-Schatullen verfügbar, nicht über Festungskämpfe. Was ihr aber garantiert bekommt, ist ein Fragment ab Waldkammer 4 und höher, also Waldkammer 5 und die dunklen Kammern 1 bis 5. Abhängig vom Runenstein bekommt ihr da ein garantiertes Registerfragment der jeweiligen Familie. Und es gibt natürlich auch wieder Faunables. Und welche das sind, werde ich euch natürlich auch sagen. Ihr kennt das Prozedere. Diese Faunables treten vermehrt auf der Karte in Spuren auf und mithilfe des Tonikums zur Spurenentdeckung spawnen diese eben auch häufiger. Zusätzlich, und das hatten wir auch schon das eine oder andere Mal, bekommt ihr beim Zurückbringen des jeweiligen Faunables mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einen Runenstein Stufe 1, 2 oder 3 der jeweiligen Registerfamilie. Und ihr hört, es sind da diesmal ein paar verschiedene mit im Topf. Wir haben zunächst den Wehrwolf, Gefahrenstufe sehr hoch, der Seite Merkwürdigkeiten vom Blatt, Merkwürdigkeiten 1. Pavati Pettel, Gefahrenstufe sehr hoch, Familie Legenden von Hogwarts, Blatt Raum der Wünsche 5. Sirius Black, Gefahrenstufe sehr hoch, Legenden von Hogwarts, Lehrsaal für das Fach Zaubertränke. Nymphedower Tongs, sehr hoch, Zaubereiministerium, Gerichtssaal 10. Der junge Harry Potter, Gefahrenstufe ernst, Familie Legenden von Hogwarts, Blatt Leersaal für das Fach Zaubertränke. Dann der junge Remus Lupin, Gefahrenstufe ernst, Legenden von Hogwarts, Hogwarts Gelände. Und zuletzt den Ministeriumsmitarbeiter Newt Scamander, Gefahrenstufe Notfall, Zaubereiministerium vom Blatt, Atrium des Ministeriums 2. Ja, mal wieder der gute Newt dabei. Und ich weiß nicht, kommt es mir nur so vor oder gibt es da nur eine Handvoll Foundables, die einfach immer wieder in den Events auftauchen? Finde ich ein bisschen komisch, gerade weil wir ja so eine riesige Bandbreite eigentlich an Foundables haben, die da verwendet werden könnten. Naja, natürlich gibt es auch wieder Spezialaufträge und zwar haben wir folgendes zu tun. Besiegt 10 Gegner in Festungskämpfen, verwendet 7 Extimulotränke irgendeiner Art, platziert 7 Legenden von Hogwarts-Bilder im Register, befreit 20 Foundables, die von Dementoren bewacht werden, befreit 20 Foundables, die von Irrwichten bewacht werden, und befreit 10 Wehrwölfe. Wehrwölfe finde ich immer noch cool, deswegen werde ich da nicht meckern. Es gibt natürlich auch, ja, da könnt ihr jetzt entscheiden, süße oder saure Belohnungen. Wir erhalten unter anderem 2 Silberschlüssel, ein Berufius-Gehirn-Alexier, 2 Zauberbücher, 2 Bücher der Verteidigung gegen die dunklen Künste und ein Fragment der schwarzen Riesenspinne, die aus dem brillanten Event aufkommende Dunkelheit, dort war sie auf Seite, brillante Nocturngasse zu platzieren, und die ist halt als Belohnung mit dabei. Ich weiß auch nicht genau, warum. Vermutlich Halloween-Spinne. Sie war noch irgendwie auf dem Schirm, weil wir das Event gerade hatten. Jaja, vielleicht braucht es ja noch jemand von euch, dann könnt ihr das jetzt noch im Nachhinein platzieren. Und wo ich gerade drüber nachdenke, das ist vielleicht auch ein bisschen der Hintergrund, oder? Weil das Event halt zu schwer war und zu viele das nicht abschließen konnten, und dann fehlt eben vielen dieses eine Fragment. Und jetzt, wo ich drüber rede, macht es vielleicht schon ein bisschen Sinn. So, zum Abschluss gibt es dann natürlich noch Bundles. Drei Stück. Und ihr wisst, ich muss meine Begeisterung senken. Ich muss ein wenig monotoner reden. Ich muss weniger flippig und aufgeregt und gespannt sein. Und wir tragen das jetzt ganz sachlich vor, damit auch niemand denken könnte, ich bin wirklich begeistert davon. Also, wir bekommen ein kostenloses Geschenk mit Trankzutaten, mit einem Runenstein Level 1, Legenden von Hogwarts und 50 Zauberenergie. Und das ist Ida. Ich gehe kurz Ida holen. Oder schläft sie nochmal ein? Babyfone. Oder bekomme ich das noch schnell durch? Ida, gib mir eine Minute. Also, ein SOS-Bundle gibt es mit 5 Extimulotränken, 3 Tonikum zur Spurenentdeckung und 125 Zauberenergie für 410 Goldmünzen. Und ein Ministeriumsmaterial-Bundle, ich weiß nicht genau, wie man das sinnvoll im Deutschen benennt, mit 6 Extimulotränken, 4 Silberschlüsseln, 3 Tonikum zur Spurenentdeckung, 5 Runensteinen Level 5 der Legenden von Hogwarts und 125 Zauberenergie. Das Ganze für 750 Goldmünzen. Und das war's. Klingt doch nach einem meiner Meinung nach netten kleinen Halloween-Event, aber natürlich vom Ablauf zu nah an den ganzen Events, die wir kennen, die wir regelmäßig im Spiel haben. Ich hätte mir da was mehr wie letztes Jahr gewünscht, mit coolen Festungskämpfen, mit dem Drang, mit Leuten zusammenzuspielen, weil es da haufenweise Bonuspunkte gab, mit einem Basilisken, mit Elite-Gegnern, wo man dann eben seinen Erfolg ein bisschen pushen kann. Das war alles stimmiger, cooler. Vielleicht habe ich es auch nur cooler in Erinnerung, aber es hatte damals echt Spaß gemacht. Und sowas hätte ich mir jetzt auch gewünscht und das haben wir nicht ganz bekommen. Deswegen bin ich da eher auf der sauren Seite, weniger auf der süßen. Aber da interessiert mich natürlich eure Meinung. Schreibt diese gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann gerne bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Tschö und gerne bis zum nächsten Mal. Hier ist Papa. Wieder eingeschlafen. Tschö und gerne bis zum nächsten Mal.